Hallo Freunde! Willkommen zu einem neuen Netzplay! Und zwar Joes Zelle Ne, Alcatraz Suche die Glasklinge und die Schmerztabletten, die in Joes Zelle versteckt sind in den Objekte mit der linken Maus, dass du anklickst und objekte anzuzeigen klicke die rechte Maus und objekte um dich herum anzeigen gerückte Letters Ja Rechtsklick Sie bezeichnen meine Frau als unbekannte Speedgirl Ach so funktioniert das Das Ende meiner Tage als Funker Ich rede nicht viel darüber Rechtsklick Meine ehrenhafte Entlassung Ah, das wusste ich noch gar nicht Gut, dass ich mir am Anfang nicht mal richtig durchgelesen hab Ich blöde Affe, ich blöde So Okay, da haben wir das, da haben wir das Das ist hier das Bett Gucken wir uns auch mal das Bild an Unsere Flitterwochen Oh, schön Schön Liebesbriefe von Christine Die habe ich alle schon gelesen Mission Versteckt Die sind hier mehr wert als Geld Pillen, okay Meine Arbeitsjacke Ich habe ein paar Taschen dazu genäht Wow Guck mal einer an Der ist ja sportlich waschbecken Ich habe mich schon gewaschen Okay Was ist das Klo Eine 08 15 Schüssel 08 08 15 Schüssel Ja geil Was ist das? Gitter und verstecktes Müller Messer Ja Cool Meine Glasklinge An manchen Tagen meine Lebensversicherung Heute nutze ich sie um mein Matratzenkonto zu plündern Okay Ich habe es erst vor einer Stunde gemacht Alles klar Oh, seitdem läufst du nur da rum und sitzt dich nicht hin Okay, wir versuchen also So, wir nehmen jetzt den und Ah Ah Schnell so schnell wieder reparieren Und die Scherbe Inventar Gäste zu kombinieren Klicke den einen In die Reihe Ja Das muss er nicht sehen, gehen wir mal los Aber in die Reihe Und die Klappe blöder Sack So Er sagte das ist Geld Zeit für den Morgen Appell Jetzt kommt er raus Für mich sieht es aus wie so wie so eine Pfeile So, warte, wir machen das immer zu sein Das ist Wutterzeit Alle raus Wieder ganz Dann gehen wir mal aus dem Zellblock raus Beeilung Ja, ja Schmerz mich nicht Hank ist mein Nachbar Er hat schon mit Capone zusammengesessen Oh, what? Und er? Der S-Pipe hat es schon länger auf mich abgesehen Das da hinten ist bestimmt Bumpy Echt? Haha Egal Hank Warum lassen wir uns warten? Wo kommst du besuch? Wo hast du gestern Abend etwas von einem Projekt erzählt? Du hast gestern Abend etwas von einem Projekt erzählt Du kannst es haben Wenn du es dir leisten kannst In die Reihe Wenn ich es mir leisten kann Ey, ey Da ist er wieder goldig Ey Erzähl mir mehr Erzähl mir mehr 20 Kröten oder eine Flasche Schmerzmittel Oder willst du ins Loch? Ohhhh Wer ist mit einer Kostprobe? Wie wäre es mit einer Kostprobe? Es gibt ein ungesichertes Fenster mit direktem Zugang zum Dach Den Rest erfährst du dann Oh, das hört sich gut an Ähm Ich bin pleite Bezahl dich beim Essen Ich äh B-b-b-b-b-b-mann Äh Wir reden beim Essen weiter Ich hau heute Nacht ab Ist es ein Ein-Mann-Projekt? Ich arbeite nur noch alleine Naja Du brauchst auf jeden Fall einen Mann auf dem Festland Jemand, der dich aus dem Wasser fischt und über die Grenze kutschiert Jemanden, dem du blind vertrauen würdest Wem würde ich mir vertrauen? Ähm Ich bin pleite Quatsch Du hast da draußen ein Vermögen Wenn ich's dir sage, ich hab nichts Ruhe da hinten Sagen wir erstmal, dass ich pleite bin Ähm Kannst du Frauen Nachricht zukommen lassen? Oder so Kannst du meiner Frau eine Nachricht zustecken? Sie besucht mich gleich Ehefrauen haben mit meinem Plan nichts verloren So ein Porzellanpüppchen Knirscht doch schon beim kleinsten Druck Ruhe da hinten Äh Ist nur interessant ob Okay Ich hau heute Nacht ab Vergiss es Du brauchst mindestens ein paar Tage Bis du alles zusammen hast Wir reden beim Essen weiter Dann erzähl ich dir den Rest Ja Kommst du besucht? Wo kommst du besucht? Mich hat man schon lange vergessen Warum lassen die uns warten? Jemand macht das krank Wenn du auf die Krankenstation Stillgestanden gibst du zu Hause Versprich beenden Zählung vollständig Jawa Sogarab Ist klar Alles klar Und dann ab Alles klar Zählung haben wir denn hier wir können was ist das frühstück mit den drei leuten reden dann haben wir da die frage die kurzen machen kenne ich schon auswendig man kriegt was man kriegt da lassen sie uns nicht hin wir dürfen erst aufstehen wenn das frühstück offiziell beendet ist die teile sind uralt die wurden schon so oft übermalt ich glaube nicht dass sie noch funktionieren okay die notbeleuchtung für den saal von hier aus komme ich da nicht ran frage ist müssen wir da überhaupt dran ich hieß hier wort anderes aufgegessen und das besteck kriege ich nicht durch den metalldetektor okay so wir wollen das mit henk reden bist du ja doch schon mal ausgebrochen richtig also wegen dem projekte so wegen diesem projekt das kostet ich was junge gas pipe was hat nichts gehört kümmere dich um deinen eigenen scheiß leute ich esse doch nur meine pfarnkuchen mich gleich im hof ab dann reden wir was brauche ich für deinen plan das ist kein geheimnis du brauchst ein team das gefällt mir nicht besonders du brauchst mindestens einen draußen eine familie gleich vorbei meine frau sonst habe ich draußen niemand scheiße für dich du musst sie ins boot holen wie soll ich das denn anstellen da steht ein bulle drei fuß vom telefon entfernt ich könnte ihn ablenken wenn du ergebnisse willst redest du besser mit mir warum willst du auf einmal verkaufen ich brauche das geld für dich ist das ein schnäppchen ich brauche keine interesse mehr aber nicht hier ich bin pleite ein cleverer kerl wie du findet schon einen weg ja das ist die richtige antwort gewesen also so zu wem sage ich dass ich brauche deine hilfe nicht kein interesse erzähl mir mehr aber nicht hier gut wir sehen uns dann im hof verschwende dein geld doch nicht an ihn halte ich da raus und da er sich mit einem nicht kommen wir dazu kommt durch deine frau nicht gleich besuchen dass sie ist kein thema für dich ich weiß dass sie kommt genau wie meine wie wäre es wenn ich euch ein kleines privatgespräch arrangiere zum letzten mal kümmere dich um deinen scheiß wenn du es dir anders überlegt warum ich im besucherraum an fick dich willst du dich mit mir anlegen ich setze hier wegen dreifachen mord klar zwei sekretärinnen und einen buchhalter ruhe am tisch nicht aus er nicht hier sonst regnet es gleich wieder tränengas noch einen aufstand überlebe ich nicht deine gefallen brauche ich nicht du kannst mir ein gespräch wir auch warum hast du nicht einfach ab haust hier rum und machst dich wichtig selbst wenn man es ins wasser schafft die kälte und die strömung geben dir den rest und vergisst die haie nicht es gibt keine haie da gibt es diesen einen dem haben sie die seitenflosse abgerissen jetzt schwimmt im kreis um alcatraz du kannst mir ein gespräch unter vier augen mit meiner frau organisieren klar nur reden nummer wird das ist klar was willst du dafür alles was du hast ich hab dir doch gesagt ich bin pleite du hast mindestens 100.000 da draußen spart euch eure kräfte für den hof ich will dem kerl doch nur ein gefallen tun ich habe nichts da draußen wie oft muss ich das noch sagen na gut dann schuldest du mir eben ein gefallen der die kein deal woher da hinten wenn du es dir anders überlegt warum ich im besucherraum an fick dich was gibt es neues bist du bereit für deine anhörung kannst du eine nahe bist du bereit für deine anhörung ja mein anwalt sagt ich kann man vielleicht frei man sieht sich dann in der witzbeilage ihr penner nach also das ist ja noch gar nicht auch er sagt ja vielleicht von daher die gesprüche aber nichts im hirn der kerl bekommst du heute frauenbesuch meine alte hat sie aus dem staub gemacht aber wie man hört geht da in einen pierce auf den strich willst du echt ärger bumpi so kurz vor deiner anhörung ich mache ja nur spaß ich schaue aber ja vorbei wenn ich draußen bin okay wenn du draußen bist du hattest doch einen fluchtplan der plan jeder hat einen plan was hattest du vor den behalte ich falls sie mich da behalten wollen von den gespelt schaut immer zu uns kannst du eine nachricht für mich rausschmuggeln nee und das gilt für alle von euch deppen wenn ich draußen bin fresse ich nur noch pizza und fede bedienung am besten gleichzeitig man hat einer von euch typen jemals pizza probiert würde mich wundern dass du noch was abkriegst du sehe kompulente segelrohr schmalzlocken typ du schon gut so sind wir hier drin fertig wir haben mit den beiden gesprochen haben gegessen und das genau das wir versuchen ausgang okay so alle mann aufstehen wer besucht bekommt stellt sich in die linke reihe ja wohl gebt doli machen wir das hoch das war eine ganz einfache frage du kannst mir gar nichts befehlen bist du traurig oder was halts maul auch guck das ist dies wer seine frau wie heißt sie denn ich erzähle ja vom fluchtplan was macht ihm was ich bin gerade noch viel in der szene unterwegs ich wollte eine zeitschrift für sie drucken meine frau ich habe kaum zeit und bist du auch regelmäßig hier wird es schnell teuer wolltest du uns nicht an kühlschrank zusammenschrauben ich wollte mich um jammern ich habe gerade mal so viel in die ohren es wird kälter draußen noch kälter ohne dich nicht über die anstalt sprechen nicht über die insel sprechen mache ich nicht mit scrollen können wir dann natürlich links rechts aber die pfeile scrollen hoch und unter seht ihr das das war's mehr neuigkeiten gibt es nicht ich weiß nicht so viel was ich dir erzählen will aber in den grund dazu naja war ja klar dadurch kann man nicht reden deswegen ich habe dir eine einfache frage das würde nur seine aufmerksamkeit erregen okay ich muss ihn irgendwie loswerden was aber ist was jetzt ich habe die ich habe mich zuerst reden nikki sagt er wird mich umlegen wenn er die beute nicht kriegt was für eine beute bevor wir da gerade weitermachen mich nervt gerade diese bescheuerte anzeige wenn einer online kommt oder sowas das ist sie mir erst mal offline hier da kann ich auch keine benachrichtigung mehr hast du hast du dass mich was hast du ihm erzählt gesagt wir sind pleite nikki hat schulden bei der mafia ich habe ihm geholfen einen überfall zu inszenieren und die beweise verschwinden zu lassen was da in dem transporter verbrannt ist war kein echtes geld ich wusste dass er mich reinlegen würde deswegen habe ich die echte kohle versteckt in einem safe wo du brauchst drei schlüssel sprich mit wirft sata und bernadette du redest zu schnell ich kann dir nicht folgen die pläne sind in unserem globus mexiko und hawaii dahin gehen wir wenn ich ausbreche ich habe nur noch bis zum ende des monats dann wird mickey mich umlegen ich breche hier bald aus halte ich bereit also gut ich helfe dir ich liebe dich richtig ja und hat er gesagt wo der zaster steckt ich will dich ungern umlegen müssen ganz ruhig mit tote mädchen reden nicht ja ich glaube da kann ich diese mikrofon an und dies anders wird so eine kurzvideoszene ist die ich gibt dich hart schnell mich ab und du siehst keinen cent hör dir die kleine gangster braut an niedlich sagt ich würde lieber umlegen statt zu reden lustig er ist ein mann mit ambitionen dann war es das mit dir glaub mir ich habe alles versucht natürlich hast du das ich glaub dir aufs wort können wir kurz ohne den schrank sprechen ist nicht drin ich werde ein boss schon nicht umbringen ich bin unbewaffnet mickey ich weiß noch nicht einmal wo ich anfangen soll mach druck auf deine vermieterin sie steckt in der ganzen sache drin mich würde jetzt nur interessieren was du weißt woher wusstest du dass er ein falsches spiel mit mir treibt ein gewisser schriftsteller meinte joe hätte ihm einen schlüssel anvertraut ein schriftsteller jeder hier glaubt er ist ein schriftsteller welchen meinst du unwichtig versuch mehr herauszufinden wir treffen uns dann verschwinde mich wie könnte ich baby du bist der schlüssel zu meinen träumen geh und finde mein geld in ordnung hand drauf nein finger weg der will also nicht angepackt werden hat er nur phobie gegen handschlag oder so was haben wir denn hier für keine ahnung was touristen an diesem felsen finden gute nacht baby ach verdammt warum vermisse ich ihn nur so sehr sehen sie alcatraz wenn joe wirklich ausbricht heißt es auf nimmer wiedersehen bei dem hier ist die blende offen geblieben näher aus als es ist das macht mich echt fertig ach so ja jetzt 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 interessant schöne fischerboote ich wollte immer schon mal auf einem boot wohnen sobald die nachbarn anfangen zu nerven segelst du einfach davon ich kann sie nicht stehlen zu viele zeugen das heißt sie haben doppeltes gespräch als wenn wir nur links drücken sondern auch rechts drücken ähm interessant sehr interessant das ist der flyer zu meiner party ich bin die letzte die einen braucht der flyer für meine poetry party wir veröffentlichen die erste ausgabe meines magazins ach guck mal alle an das gehört sogar ihr guck ne da war nichts ok und dann wo wir jetzt sind noch biech das heißt dann immer am rande mit dem pfeil alles klar dude dude mit knut haben wir was im flur was haben wir denn da äh notiz von william ich wollte gerade sagen wenigstens die miete ist günstig aber offenbar steigt sie wieder ach nein ich habe schon genug krempel ich könnte wiff deswegen nerven aber ich bin ja schon so gut wie weg so so achso ja ne ist klar klo rechtsklick schüssel und waschbecken sind völlig im eimer ohne joe geht das ganze haus vor die hunde die toilette ist dauernd kaputt ich benutze lieber die im nachtclub so was heißt ich mache irgendwie rechtsklick und linksklick damit ich doppelte gespräche mit krieg wow meine vermieterin sollte sich mal drum kümmern wenn ich sie berühre geht sie nur wieder aus ok hier oh Mist das schloss wurde schon wieder aufgebrochen ich hab meinen mann im gefängnis besucht kennen diebe denn gar keinen anstand entweder war jemand drin oder er ist es noch immer saubermai 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 Bis zum nächsten Mal.